Moin Flatsen hier, ein kleines Transfer-Update. Der SV Werder Bremen hat großes Interesse am 22-jährigen Stürmer Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen, der die Saison an Karlsruhe ausgeliehen war. Es soll auch schon erste Gespräche gegeben haben, Bremen soll ein Angebot abgegeben haben, der Marktwert liegt bei einer Million. Man darf gespannt sein, was passiert. Ciao, ciao.